So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, die meisten von euch werden sich ja wahrscheinlich noch daran erinnern, dass ich vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen habe, wo ich hier über einen Goldfund in Uganda gesprochen habe, der laut den Quellen von Dutzenden von Medien insgesamt über 320.000 Tonnen Gold beinhalten hätte sollen. War halt leider nicht der Fall. So, die Frage ist jetzt, was genau ist dabei eigentlich schiefgelaufen? War das von Anfang an so gedacht, dass in irgendeiner Form diese Nachricht verbreitet wurde, um unter Umständen vielleicht den Goldpreis zu drücken, was viele vermuten? Oder war es wirklich einfach nur irgendein Trottel, der irgendwas falsch verstanden hat? Über diese Sache möchte ich mit euch heute mal gerne sprechen, weil solche Dinge natürlich eigentlich nicht passieren sollten. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig, sowas gehört nicht unbedingt an den Markt von irgendetwas, weil es natürlich unter Umständen schon Einfluss auf den Preis haben könnte, was total unberechtigt ist, denn wie gesagt, in diesem Fall hat sich die ganze Geschichte als im Prinzip völliger Blödsinn herausgestellt. Ja, darüber wollen wir heute mal sprechen, aber bevor wir das gleich natürlich tun, erstmal der Blick auf das, was wir heute mitgebracht haben und auch die Gold- und Silberpreise. Ja, erstmal kurzer Blick auf das, was hier heute vor uns liegt. Da haben wir einmal ein 1 Unzen Australian Desert Scorpion von der Royal Australian Mint. Wirklich eine sehr, sehr schöne Münze, auch eins meiner Lieblingsdesigns aus dem letzten Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr soll es ja der Great White Shark sein wieder. Ich glaube, den gab es eigentlich schon mal, aber gut, scheint eine Sache zu sein, die es gibt jetzt dieses Jahr. Und ich glaube, dass auch dieses Jahr nochmal irgendwas mit diesem Design rauskommen soll. Ich meine irgendwie die 5 Unzen Größe vielleicht oder sowas um den Dreh. Okay, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, habe ich nur von jemandem gehört, aber können wir ja dann auch mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. So, weiter geht es mit einer wunderschönen Goldmünze von der Perthment, und zwar die 2022er Ausgabe der Luna 3 Serie mit dem Tiger, hatte ich in den letzten Videos schon dabei. Aber ich habe aktuell nicht so viele Goldmünzen hier, deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal mitgebracht. Ist ja auch eine schöne Münze, kann man sich ja auch mehrfach angucken. Und dann habe ich auch noch mitgebracht die Silbervariante, dazu passend auch eine schöne Münze, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir persönlich die Goldvariante etwas besser gefällt, auch wenn ich die Silbervariante auch nicht schlecht finde. Und als letztes habe ich auch noch mitgebracht ein 250 Gramm Silber-Umicor-Barren aus dem Jahre, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist aber schon ein bisschen älterer Barren, ich tippe den so auf um die 70er Jahre rum. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gussbarren. Und solche Barren wie dieser hier sind sogar eine Zeit lang ein bisschen im Wert gestiegen. Jetzt sind sie eher wieder so flach, aber immer noch ein gutes Stück weit über den normalen Münzbarren vom Verkaufspreis. Ja, also eine ganz coole Sache an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja gut, Gold- und Silberpreise brauchen wir eigentlich gar nicht so groß drüber zu reden, weil heute ist ja Wochenende. Aber liegen wir immer noch relativ stabil. Es ist jetzt nichts Großartiges gestern passiert. Ich glaube, so busy ist es gefallen wieder. Aber beim Silber liegen wir auch immer noch so um die 20 Euro und beim Gold so um die 1750 Euro um den Dreh. Gut, also dann fangen wir auch direkt mal an mit dem Kernthema hier heute. Für die, die es nicht mitbekommen haben, was war die Sache? Ja, die Sache war, dass in Uganda ein enorm großer Goldfund gefunden worden hätte sollen. Ja, das halt. Und zwar ging es dabei um über 320 oder ich glaube sogar knapp 320.000 Tonnen Gold. Ja, Tonnen. Also 1000 Kilo. 320.000 mal 1000 Kilo. Hm. Ja, ich habe das Video damals gemacht, als es mir wirklich nicht sonderlich gut ging, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich bin auch in letzter Zeit umgezogen, war ein bisschen viel Stress und habe diese Videos alle so ein bisschen im Sprung aufgenommen und habe nicht wirklich großartig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Ich habe euch ja alle Zahlen und so weiter alles wiedergegeben da. Klar, gar keine Frage. Aber dann bin ich wirklich ein, zwei Tage später, als ich das Video dann hochladen wollte, bin ich irgendwann morgens aufgewacht und habe gedacht, eigentlich, eigentlich, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, könntest du da vielleicht kurz mal drüber nachdenken, wie wahrscheinlich es eigentlich wirklich ist, dass jetzt auf einmal in einem einzigen Land der Welt so viel Gold gefunden wurde, dass es fast anderthalbmal so viel Gold ist, wie jemals vorher gefördert wurde, in der ganzen Menschheitsgeschichte, das ist irgendwie nicht so super wahrscheinlich. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das auch knapp 16 Billionen Euro an Gold wären. Auch nicht super wahrscheinlich, ja. Aber da habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, irgendwie kann das nicht so wirklich sein. Und es haben mich dann ja auch, ich habe dann ja ein paar Stunden später das Video hochgeladen, wo ich mir eigentlich schon gedacht habe, habe ich ja dann auch jedem von euch, der in die Kommentare geschrieben hat, geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass diese Zahlen falsch sind mittlerweile. Haben mir dann auch manche Leute in die Kommentare geschrieben, dass es auch schon andere Artikel gab, die sich auch schon damit auseinandergesetzt haben. und in denen vermutet wird, dass es dabei nicht um Tonnen, also nicht um 320.000 Tonnen, sondern um 320.000 Kilo, also 320 Tonnen gehen sollte, was irgendwo realistischer ist, weil, ja, weil das eine realistische Zahl ist und die andere halt nicht. Und dementsprechend denke ich mal, es wird eher so in diese Richtung gehen, wenn es wirklich ein enorm großes Gold vorkommen ist, enorm groß, also wirklich das weltweit größte aktuell, dann wären es 23, 23 sag ich schon, ja, 32.000 Tonnen, das wäre zumindest vielleicht irgendwo möglich, auch extrem unwahrscheinlich, ja, muss ich ganz klar an dieser Stelle dazu sagen, extrem unwahrscheinlich, 3.200, denke ich mal. Also das wäre sowas, das wäre wirklich ein Hammer-Goldfund, also ihr müsst euch ja mal überlegen, ja, das wäre fast die komplette Fördermenge, die wir aktuell jedes Jahr fördern, ja. Also das wäre wirklich ein extrem guter Goldfund, ich denke mal, da ist es dann auch irgendwo das Maximum. Also ich glaube nicht, dass man eine Goldquelle findet, die tatsächlich noch mehr als das, noch reichhaltiger wäre als das, also das halte ich wirklich für extrem unwahrscheinlich. Und jetzt ist aber die Frage, was ist da jetzt passiert? Ganz ehrlich, ich weiß, viele Leute sagen jetzt, ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das mit Absicht so falsch verbreitet wurde, um den Goldpreis zu drücken, was weiß ich. Muss ich sagen, sehe ich irgendwie keine Anhaltspunkte dafür, weil, warum, ja. Ja, ich meine, ihr müsst euch nochmal überlegen, ja, der Goldmarkt, genauso wie der Silbermarkt, ist einer der manipuliertesten Märkte überhaupt, die es gibt, ja. Ich meine, wir haben mittlerweile auch fast 100 Mal mehr Gold in Papiergoldform, als wir es an physischem Gold verfügbar haben. Also warum sollte man sich die Mühe machen? Man hat doch schon im Prinzip ein perfektes, idiotensicheres Mittel dafür, um Gold dahin zu manipulieren, wo man es hinhaben möchte. Ich sehe keinen Grund dafür, das auf andere Wege zu tun. Ganz davon abgesehen ist es ja auch so, dass diese Nachricht mit dem Goldpreis absolut nichts gemacht hat und das auch offensichtlich ist, ja, das hätte man auch im Voraus, also das, ich sag's mal so, wer tatsächlich so dämlich war und geglaubt hat, selbst wenn es jetzt irgendjemand manipulieren wollte und jetzt gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so, wir finden da jetzt irgendwo Gold und dann sagen wir einfach, es ist das 100- oder das 1000-fache von dem Gold, was da tatsächlich ist, ja, und denkt sich dann, oh cool, dadurch lassen wir jetzt den Goldpreis fallen. Ja, sorry, aber so funktioniert das halt nicht mit Rohstoffen. Also Rohstoffe, die jetzt zum Beispiel nicht manipuliert sind, ja, und wir sprechen ja jetzt hier gerade nicht von der Manipulation im Sinne von extreme, ich sag jetzt mal so, einen extremen Kaufdruck kreieren, dadurch, dass wir einfach extrem viel Gold verkaufen, was es nicht wirklich gibt. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber jetzt haben wir ja wirklich diesen Umstand, okay, ich gebe jetzt die Nachricht raus, dass da irgendwie super viel Gold gefunden wurde und dass das jetzt den Preis drückt, das tut es halt nicht, weil wir sprechen ja hier von einem Rohstoff. So, ein Rohstoff fällt und steigt im Preis mit der Menge an diesem Rohstoff, die an den Markt kommt, nicht mit irgendeiner Nachricht darüber, ja. Ja, natürlich ist es so, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Gold würde natürlich theoretisch das trotzdem tun, weil es eben so manipuliert ist, ja. Wäre es das nicht, könnte es das überhaupt gar nicht, ja. Weil man natürlich dadurch dann physisches Gold kaufen und verkaufen müsste am Markt, damit sich der Preis bewegt. Das ist heutzutage natürlich nicht der Fall. Wir haben ja die Papiergeschichten und nur dadurch ist es überhaupt theoretisch möglich, dass aufgrund von nur so einer Nachricht, nicht dadurch, dass tatsächlich irgendwelches Gold an den Markt kommt, sondern nur aufgrund der Nachricht, der Preis fällt oder steigt oder was auch immer tut. Das ist nur möglich dadurch, dass wir so viel Papiersilber haben. Weil ansonsten würde es ja überhaupt keinen Angebotsüberschuss am Markt geben und dementsprechend würde auch der Preis nicht fallen unter normalen Umständen, wenn man Gold nur normal als Gold handeln könnte und nicht als Papier. So, jetzt haben wir zwar die Möglichkeit, dass das theoretisch möglich ist, dass Gold dadurch extrem fallen würde, ja. Also könnte, sagen wir es jetzt mal so, einfach dadurch, dass man das Gold, was man gar nicht wirklich besitzt, einfach super schnell verkaufen kann. Und auch im Prinzip es gar nicht wirklich braucht, ja. Das ist halt auch so eine Geschichte. Und eben nur so ein bisschen darauf spekuliert, dass der Preis vielleicht steigt. So, das ist aber ja normalerweise, wenn man nur das Metall, wenn man das Metall tatsächlich an sich kauft, nicht der Fall. So, jetzt hatten wir diese Situation, dass es theoretisch möglich ist, aber trotzdem extrem unwahrscheinlich, weil es ja immer noch ein Rohstoff ist, der sich ansatzweise an die Logik von Rohstoffen halten sollte, ja. Und dementsprechend habt ihr es alle gesehen. Es ist am Preis genau gar nichts passiert, ja, über die ganze Zeit, wo diese Nachrichten überall rausgepustet wurden. Das kam ja wirklich aus allen Medien raus. Also, ihr könnt ja mal auf Google eingeben, einfach Gold von Uganda und mal durchzählen, wie viele unterschiedliche Medien, was dazu gebracht haben, dass 320.000 Tonnen Gold da irgendwo gefunden wurden. Waren bestimmt 50 Stück. Allein nur deutschsprachige. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn diese Nachrichten wirklich irgendetwas mit dem Goldpreis bewegt hätten, dann wäre da was passiert. Ist es aber nicht. Und dementsprechend, ganz ehrlich, selbst wenn jemand vorhatte, da sich Gold zu manipulieren, war es einfach total dämlich, weil es logisch ist, dass das nicht funktioniert. Und Leute, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will hier auf gar keinen Fall irgendwelche von diesen Leuten, die da was manipulieren oder so, in Schutz nehmen. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, ihr wisst, ich habe eine, ebenfalls eine ziemlich starke Meinung gegen all diesen Quatsch, der hier so aktuell, so weltweit passiert. Das wisst ihr ja. Und auch gegen all möglichen anderen Geschichten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man trotzdem logisch über Sachen nachdenken kann, um rauszufinden, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und nicht einfach zu sagen, das System war es, die Regierung war es, die wollten das Goldfeld. Wenn die das wollten, müssten sie es nicht auf so eine dämliche, total unsichere Art machen. Ja? Also, das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, es ist einfach, das zu denken. Aber ich, ganz ehrlich, ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass einfach irgendein Trottel das Komma verwechselt oder vergessen oder sonst irgendwas hat und deswegen diese enorm große Zahl auf den Markt geschwemmt ist und unsere ganzen dämlichen Medien, die natürlich sowieso nur voneinander abschreiben, einfach hingegangen sind und gesagt haben, okay, das steht da, die schreiben das auch, wir schreiben das jetzt auch. Und einfach so lange das so weitergemacht haben, bis es vorne wieder angekommen ist und dann keiner mehr wusste, was überhaupt die richtige Zahl war. Halte ich für viel wahrscheinlicher, als dass irgendwas auch immer da jetzt keine Ahnung was versucht hat, was sowieso nicht funktionieren kann. Also ganz ehrlich, wenn die Leute so dämlich wären, dann bräuchten wir uns doch keine Gedanken zu machen, dass irgendwas Schlimmes mit der Welt passiert, oder? Also jetzt mal wirklich, ganz ehrlich, wenn wirklich jemand so dämlich wäre und denkt, dass nur so eine Nachricht und dass überhaupt irgendwelches Gold auf den Markt kommt, dafür sorgen würde, dass der Goldpreis jetzt, keine Ahnung, irgendwie signifikant fällt. Wer so dämlich ist, also tut mir leid, aber von dem braucht man sich auch eigentlich, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ja, also halte ich einfach für extrem unrealistisch. Aber gut, wer weiß, kann natürlich sein. Wenn das aber so ist, ist das eher eine positive Nachricht, als eine negative. Aber gut, letzten Endes ist das auch alles eigentlich gar nicht so wichtig. Eigentlich ist nur relevant, dass der Goldpreis aufgrund von dieser Falschmeldung nichts getan hat. Was auch irgendwie klar ist, aber gut, wie auch immer. Lustig finde ich es auch immer noch, dass dann tatsächlich davon geredet wurde, dass bald dann dort täglich fünf Tonnen Gold abgebaut werden sollten. Unter Umständen möglicherweise möglich. Ich würde mal sagen, in ein paar Wochen ist man dann auch damit durch. Weil, wie gesagt, wenn das, was realistisch ist, da ungefähr 320 Tonnen zum Beispiel Gold gibt, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie lange das dauern könnte, das dort abzubauen. Wenn tatsächlich fünf Tonnen Gold jeden Tag abgebaut werden sollen und das nicht vielleicht auch wieder ein Komma-Fehler ist und es vielleicht nur, was weiß ich, fünf Kilo sind, was weiß ich was. Es ist ja auch egal. Aber letztendlich ist es mal wieder eine Geschichte, wo man sich wirklich nur so denkt, man muss sich wirklich die Sachen heutzutage alle doppelt und dreifach und am besten dann nochmal angucken. Weil, es gibt wirklich bei allem Murks, egal wo, es ist immer wieder irgendeinen Müll, der einfach nicht stimmt. Ja? Und egal, wie oft das irgendwo steht, davon stimmt es trotzdem nicht mehr und dementsprechend ist eigentlich das Einzige, was man dazu sagen kann, blöd gelaufen, sollte man in Zukunft besser machen und vor allen Dingen sollte man sich auch diese ganzen Sachen nochmal logisch ansehen und vielleicht nicht so wie ich, wenn es einem sowieso nicht sonderlich gut geht und man sich eigentlich auch nicht wirklich konzentrieren kann. Das hilft auch. So, aber abgesehen davon würde ich sagen, ich denke mal, diese ganze Geschichte ist auch irgendwie lehrreich für uns, denn wir haben daraus gelernt, hey, nur irgendwelche komischen Nachrichten über den Goldpreis, die bewegen den Goldpreis nicht. Andere Nachrichten, klar, gar keine Frage, aber nicht direkt über Gold. Ja? Abgesehen davon ist es auch so, dass Gold, was nicht gefördert ist, genau das ist, nicht gefördert und solange es das nicht wird, hat es auch keinen Einfluss auf irgendwelche Preise. So, und noch was, das ist natürlich auch noch eine ganz wichtige Geschichte, das was in den Medien so steht, das sollten die meisten von euch mittlerweile auch schon gerafft haben, aber einschließlich mir, aber das kann man nicht so glauben, wie es da steht. Ist halt so. Kann man nichts groß machen. Denn, und ich denke mal, das ist sogar noch was, was mittlerweile eigentlich jeder gerafft haben sollte, sowas wie Qualitätsmedien, das gibt es einfach nicht. Aber gut, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das heutige Video wie immer gefallen. Ich hoffe mal, dass wir uns über solche Geschichten jetzt nicht noch weiter unterhalten müssen in näherer Zeit, weil es ist wirklich eine ziemlich nervige Sache. Aber letzten Endes ist es so, wie es ist. Man muss sich immer darüber gesprochen haben, auch dann nochmal klargestellt haben, worum es eigentlich wirklich dabei geht und was eigentlich diese Problematik dabei überhaupt war. Und ja, denke ich mal, ist eine wichtige Geschichte, gute Geschichte und dementsprechend würde ich sagen, alles Mögliche, was ihr sonst noch so an Fragen und Anmerkungen und alles Mögliche andere sonst noch so habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wann würde ich wie immer sehr, sehr gerne. Abgesehen davon natürlich auch super gerne das Video bewerten, das würde mich sehr freuen und auch sehr gerne, wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, als ihr sowieso schon tut, könnt ihr auch hier gerne Mitglied werden und natürlich auch super gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.